Ich bin zu weit geleckt worden, mann, fuck! Ja, keine Leben mehr, jetzt hör auf mit dem Mist. Ich häng hier fest. Du musst jetzt zugucken wahrscheinlich. Oh. Du musst jetzt raus, weil wir keine Gefahr haben, um dich jetzt überleben. Wird das kürzeste Special an der Zeit. Oh. Ja, also ich bin wenigstens den ersten Buscher. Ich mach den Kommentator. Soll ich jetzt ruhig bleiben? Wow, das leck. Ja, man merkt's. Teragi, wow, Alter, das war knapp. Teragi, wo rennst du hin? Ja, er kann auch da lang gehen, ich gehe hoch und nimm die Goodies mit. Ja, aber jetzt wird er aufgefressen. Wo muss ich das alleine machen? Ey, wir haben, ach nee, Narkotika ist tot. Stimmt ja. Ich dachte, er wird gleich aufgefressen. Ein Apfel! Ja, bringt uns nix, wir haben voll HP. Ja, ich suche die. Ich dachte, das bringt, dass man voll HP hat und irgendwie ein Leben oder irgendwie so'n Scheiß. Nein, Leben ist extra. Ach Mist. Ich suche den Lebenshändler, der ist irgendwo, ich weiß nicht wo. So. Puh. Oh. Jetzt habe ich auf die Würmer geachtet und nicht auf die Scheiß-Giftsuppe. Das war einfach so ein Apfel. So ein Repetierfeuer wie Teragi legt auch hier sonst keiner an den Tag. So schnell kann kein Bogenschütze nachlegen. Das ist keine Ahnung. Es ist eine ganz spezielle Armbrust. Armbrust? Naja. Ja. Da bist du dich nicht sicher. Ich meine, guck dir das an. Also bei den Pixeln, die ich hier sehe, sieht das aus wie ein Bogen. Boah, dann liegt weg Bogen, aber quer. Ist das egal. Ich meine, Elder Scrolls hat auch Ballisten, oder die Dwemer bei Elder Scrolls haben auch Ballisten, die sich selber nachrufen können. Jetzt fängt er schon wieder mit seinen Elder Scrolls an. Ey, du bist ja nicht wiederbelebt. Ich sehe es. Ich will das überleben. Wagt es nicht zu sterben. Was? Du musst dann wiederbelebt sein. Ah, ich bin wieder am Point. Ah, okay. Ich wurde zum Point zurückgestellt. Fitnoots. Ah. Boah, mir tut der... Mittelfinger. So langsam weh mit den ganzen Schießen hier. Ich habe die Hälfte mit deiner Maul. Und die Pleitenpäche und Pannen nur auf Narkotika-Channel? Ne, 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 ne. Äh, wieso? Ich bin auch da reingerannt. Weil mein... Ja, aber... Du bist nicht... Warum mache ich eigentlich nicht die Karte auf? Dann sehe ich doch, wo ihr hinrennt. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht auf der Karte. Wo seid ihr hingerannt? Ganz weit nach links. Boah. Ich renne hier einfach mal, mal gucken. Oh, das ist mal Blube. Aua. Blume ist super. Oh Gott, ich wurde getroffen. Boah, die kann... Oh, die ist weg. Uh. Die hat so... Weißt du, ich glaube, 500 HP oder so. Habe ich mal umgerechnet gerade eben. Ja, genau. Da seid ihr. Ich sehe euch. Keine Ahnung. Ich mache 14 Schaden pro Schlag. Und ich wette, ich habe so 20-40 Schläge gemacht. 20-40 Schläge. Wow, wie... Wow. Wird super präzise. Vor allem, wenn ich beim Zocken gleichzeitig noch irgendwas zähle. Da oben ist eine Kiste und die kommt man aber nicht dran, verdammt. Ja, da kommt man von der anderen Seite dran, glaube ich. Äh, Coins? Was war was? Ja, ich habe Vendor Coin eingesammelt. Okay, ich bin verwirrt. Wo müssen wir lang? Ach, da seid ihr. Das ist Richards Spruch. Ich bin verwirrt. Ja, das stimmt. Wow. Das kennst du noch nicht. Doch, glaubst du schon, oder? Doch, ich kenn das. Das war beim Hilden, ne? Nein, ja. Das kennt aber jetzt wieder kein Zuschauer, also... Das ist egal. Das muss auch keiner kennen. Äh, also nichts gegen Leute, die jetzt in Hilden wohnen. Es geht um eine Person. Ah, Teragi, komm zurück. Wisst ihr, jetzt sind wir hier... Oh, wieder? Ui. Ja, es existiert wirklich eine Stadt Hilden in der Weiß. Ich weiß. You don't say. Und den, den wir meinen, der wohnt sogar in Hilden. Also... Er wohnt sogar? Ach du Scheiße. Blödes Gift. Das ist krass. Blödes Gift. Wetter! Das habe ich nicht gewusst. Also, durch Hilden bin ich mal durchgefahren, als ich nach Soling gefahren bin. Ich will jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen auf die Yukon, und zwar, wo ich dieses Jahr auch sein werde. Na, das kann doch nicht wahr sein. Was? Sorry. Alter! Hä? Wo seid ihr denn? Ich renne um mein Leben! Falls es sich jetzt... Wir sind alle um euch herum hier, wenn es sich auf der Spiegel zieht. So da! Mensch. Lass mich doch nicht allein. Weiß ja nicht, ich glaub... Ich glaub, Mr. Evans wird auch auf der Yukon sein. Alter! Und ich werde leider nicht auf der Gamescom sein. Er wird nicht genau... Wir werden auf der Gamescom sein. Alle außer Mr. Teragi. Der drückt sich. Feige wie er ist. Der hat... Der hat keine Lust. Nein, ich bewerbe mich ja. Das ist egal. Wenn ich jetzt einen Job kriege, dann habe ich halt... An dem Tag frei. Ja, dann könnte man sich ja mal zwei Tage frei nehmen. Vor allem, weil es in den Sommerferien ist. Aber vollkommen interessant. Ähm... Wow! Wow, 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 wow! Die kommen da raus! Vorsicht! Achso, dann bin ich noch auf den Woshimoshi Event in Holland. Nächsten Monat. Hilfe! Dann bin ich noch auf der Konichi. Und wenn alles klappt, noch auf ein paar anderen Cons. Oha, das weiß ich noch nicht. Und das werde ich dann auch noch vorher ankündigen. Hilfe! Wenn wir dann schön über unsere Kanäle und über Twitter raushauen. Ah, 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 ah... Ja, die haben Bafti stehen. Ja, die sind wahrscheinlich... Der Dicke hat ne Aura, der Bafti. Ich merk schon, und der rennt mir gerade hinterher, das find ich nicht lustig. Bewegt euch nicht so. Ich, äh, ich, äh, Tauti. Hilfe! Aaaaah. Ach, die Wartner. Aaaaah, nicht mich auffressen. Ich zeig, er hatte gerade Bock auf dich. Oh Gott, da kommt Kicher raus. Was war das denn jetzt? Ich glaub'n Leben oder sowas. Ich hab' keine Ahnung. Uaah. Oh mein Gott. Uaah. Kommt nur, Dauerfeuer. Kommt rein, komm rein, komm rein. Oh, das war's. Wer war das? Ich war's, ich wurde umzingelt. Der Paladin hat's versaut. Er kommt, das war der erste Tod von mir. Komm, wir haben 40 Minuten geschafft, jetzt machen wir noch ne Session. Komm, komm, komm. Neu Start. Wir machen noch ne Session. Quit, oder? Äh, also ich mach' erstmal ne kleine Aufnahmepause, damit wir doch mal die Einstellung verbessern, weil der trutz wird doch ein bisschen laut. Und, äh, wir sehen uns gleich wieder. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Genau. So. So. Wer, wer moderiert an, jetzt hier wieder, und so? So, oder, äh, Herr Sarkozy. Ach komm, da Terragia nicht aus der Pushen kommt, willkommen zurück in unserer nächsten Aufnahme von, ähm, Hammerwatch. Als nächste Aufnahme einfach hier, nach dem Tod. Ja, stimmt auch wieder, nach dem Tod und dem neuen Spielstart. Äh, und wir haben alle wahrscheinlich was Neues, was wir auch ausprobieren. Ja, wir haben alle die Klassen ein bisschen gewechselt. Ich nehm' dann jetzt den Paladin. Was macht ihr? Ihr macht den, äh, Terragia macht den Thief. Und was macht Chiyo? Er macht den Thief. Ich mach' den, äh, Warlock. Du machst den Warlock. Ja, viel Spaß. Jetzt haben wir keine Modifizierung, ne? Er wird lustig. Äh, genau, genau. Wir machen wieder. Machen wir wieder mit Modifizierung? Ja, komm, das ist cool. Er hat HP-Tour. Und ein HP. Ja, komm. Hier, komm. Ein Kratzer und bist du tot. Mach doch Reverse-HP-Regeln, dass wir die ganze Zeit HP verlieren. Ankommen. Ja, genau. Eine Sekunde Special-Folge. Hahaha. Hätte auf jeden Fall was. No extra lives, das wär' auch hart. Ja, super. So, wir sind ja gerade soweit gekommen, weil Terragia Slender mein Finger auf die Plus-Taste gekommen sind. Komm, wir machen noch Double Damage. Okay, das ist jetzt ausgeglichener wieder. Ja, gut. Warum nicht? Obwohl, das ist okay, komm schon. Ja, mein Weg. Mir ist dann wurscht. Kann. Auf jeden Fall. Let's go. Oh, wow, wow. Das geht los. Hey. The Bridge. Blablabla. The Bridge. It's gone. Wow. Das war der Charge. Ja, alles klar. Kann der? Oh, der kann Dolchfächer? Okay. Kann ich da drüber rennen über die abgebrochene Brücke? Nein. Weil der eigentliche Quest, so wie ich es verstanden habe, ist eigentlich aus dem Castle zu fliehen, aber egal. What the fuck, was war das? Das war ein Warlock. Das ist die Warlock, Mikey. Ich sagte Warlock hat Strom, hab ich in der letzten Folge noch gesagt, und Maid hat Feuer. Das war die Macht. Mein Gott. Psst. Ich hab mich grad fast auffressen lassen. Und ich hab ein paar Gifthütten durch. Wo seid ihr? Ach da, ihr seid auf der anderen Seite. Ach ja, deine Spezialfähigkeit ist sattiv, du wirfst dein Geld. Haha. Das macht zwar extrem viel Schaden, aber du verbrauchst halt dein Geld. Aha. Vorsicht, Federmäuse von hinten. Dann hab ich von zu Beginn des Spiels, obwohl sie kein Geld haben, Geld verständet. Nein, ich hab jetzt hier zu blind, jetzt sind mir du deine Spezialfähigkeit einsetzt, durch Weffer und der verbraucht halt dein Geld. So wär ich da richtig. Er schmeißt Geld im Kreis und macht damit Schaden. Ja. Mana. Like Assassin's Creed. Wobei, da macht ja kein Schaden. Du bist doch kein Schaden, man. So, hier ist ein Geheimgang. Walalalala. Gold! Und ein Fläschchen wieder. Hey, die Map kennen wir doch irgendwie. Ach ja, und bist da. Tief. Du hast uns schon das halbe Leben abgezogen. Ich hab grad Äpfel gegessen, das ist gleich das Aus. Ooooooh! Und jetzt schon wieder nicht. Ich wurde eingekesselt. Hier ist wieder das Portal, das wollen wir ja nicht. Warum sind wir nicht so OP? Könnten wir doch jetzt machen. Komm, machen wir. Ja, okay. Wir sind zwar fast tot, aber egal. Ja, jetzt. Let's fail. Komm. Wir. Damit wir wenigstens etwas haben und nicht wieder alles von vorne. Ja, genau. Oh. Ein richtig schönes Let's fail. Oh, Pflanze! Pflanze! Naja. Oh Gott! Und alles andere auch. Geht da weg! Lasst euch ja nicht treffen! Ja. Zieht den hier hinten hin, wo die blöde Blume nicht ist. Ja, die. Teragi hat das gefuckt. Der rippt einfach durch. Oh mein Gott. Da hinten ist Fleisch. Ich will Fleisch. Ah! Oooooookay. Ja. What the fuck? Das fließt ja direkt hier vorne. Ja klar. Toll ist Mario. Ihr macht das da schon. Aue! Hör auf mich auf zu essen! Der macht jedes Mal 30 Schaden, das scheißvieh. Mach an! Hilfe! Kiten! Einfach rum. Einfach kiten! Ich kite die Blume. Hört jetzt auf ihr rumrennts! Aua! Amor. Aue! Bitteschön, ich hab noch voll geheilt. Sehr gut. Ah! Noch mehr von den Viechern! Tötet sie! Versucht den Fetten umzunatzen. Ihr kümmert euch bitte um die... Aua! 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 Nicht nur du! Aua! Zwergwissenschaft! Er ist geplatzt! Oh man ey! Meine Fresse! Ich finde den Ranger doch besser! Ja, jetzt hast du dein Geld geworfen! Ich hab keinen Mana mehr! Willkommen im Club! Da hinten sind Mana-Kristalle! Ah! Dafür kann ich die Leute vergiften, wenn ich sie anbohre! Oolter ist hier ne Schatzkammer! Das sind gar keine Mana-Kristalle, das sind Diamanten! Der will da immer ein Damage erhöht, ne? Wenn ihr wollt! Level 1 Damage-Dealer-Verkäufer! Moment! Ich heile... Ich sammle hier gerade Geld ganz viel! Nice Damage... Speed? Wo ist der Händler? Da oben! Ich hatte bei dem, äh... Den... Den Ranger-Speed gemacht und ich hab da kaum... Hm! Damage! Ich bin für Damage! Und dann nehm ich den Rest da noch mit! Es fliegt nach Yokohama! Was? Frag mich nicht! Soll ich wieder ein gewisses, ähm... Nein-Gag-Dingen starten? Oh, bitte! Ein gewisses Nein-Gag-Dingens war es nicht! Wir wollen ja hier keine Werbung machen! Das war auch von einer... Wunderschönen Indie-Entwickler-Seite! Z0R.de! Das stimmt! Da... Ganz viele Flash-Videos hosted! Und, ähm... Wow! Slack ein bisschen! Bei so vielen Viechern? Ähm... Gift, 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 Gift! Gift, Gift! Ich glaub alles weg, was kein Gift hat gerade! Ja, ich hab... Mr. ...Den Herr Tief mal geholfen! Meine Güte! Hup! Noch mehr Viecher! Okay! Gift! Gift! Das ist ein Gift! Ah! Ich hab kein Maler mehr! Ja! Wir haben keine Kombos! Das ist das Schlimmste! Das ärgert mich am meisten! Naja! Weil wir ja überfrungen sind! Ja, richtig! Weil wir einfach mal mitten in Level 3 gejumped sind! Lalala! Lalala! Also nochmal erhöhter Schwierigkeit! Ja! Die Kombo hätte ich schon 15 Mal gemacht! So viele Viecher wie ich hier gerade schlachte! Davon ist ein Lebenshändler gewesen! Ah! Nicht auffressen lassen, bitte! Ja, wir zeigen Geld! Ja, wir zeigen Geld! Kein Geld! Ich verbrauche immer Mana dafür! Ja, und dein Geld! Klick mal... Mach mal Tab an! Dann siehst du dein Geld unter deinem Namen! Und dann mach mal deine Spezialfähigkeit! Boah! Da ist ein Point! Mach sie jetzt mal! Deine Spezialfähigkeit! Mach die mal! Tab! So, jetzt mach mal deine Spezialfähigkeit! Do it! Wow! Ah! Pflanze! Vorsicht, Pflanze! Hab's gemerkt! Bei mir öffnet der es gar nicht bei Tab! Wo denn? Ah! Doch! Jetzt hat der es geöffnet! Da ist ein Händler! Da kommen wir aber nicht dran! Okay! Ich verbrauch doch Geld! Mach ich doch! Ist aber nicht viel! Sind irgendwie nur 10 oder so! Ja, ist nicht viel! Aber es ist Geld! Alter! Diese Pflanze! Wir sind eh schon fast tot! Oh Gott! Ich schalte halt! Hier wird! Ich tanze um die Pflanze! Was glaubst du immer, was wir hier machen? Also ich tanze um die Pflanze selbst! Ich weiß ja nicht, was wir damit machen! Wir versuchen hier die Maden umzumoschen, Mann! Ja, mach mal! Zu dir kommt die Iromade! Aua! Und! Ich! Ich wurde aufgespießt von der Pflanze! Okay! Noch 2 leben! Das heißt, wenn wir jetzt gleich wieder sterben, ist wieder einer wieder raus erstmal! Wahrscheinlich Tearagi! Hm! Achso! Ich hätte vielleicht mal wieder aufs Start tritt! Der Pflanze, glaub ich, fliegt immer bei den Aktionen! Äh! Das ist ne Wand! Verdammt! Ja! Wände sind dieses Spiel eigentlich gleich zu erkennen! Wir brauchen einen Goldschlüssel! Soll diese Tür uns sagen! Ja! Döde! Vergiftet! Du brauchst so viel Mana! Weg da! Ey! Nein! Ich hab keinen Mana mehr! Wie viele Kugeln! Hilfe! Boah! Egal in welche Richtung ich renne, hier sind überall Mana- äh überall Giftkugeln! Wow! Oh mein Gott ey! Ey! Ich hasse diese Wälder! Ja! Und sei froh! Sie werden noch die ganze Weile kurz da sein! Ich hab mal die Mutter eben umgenutzt! Mann! So blöde Mistviecher! Die Mutter haben wir noch nicht umgenutzt! Die kommt noch! Ja! Aber die eine kleine Raupe hier haben wir schon mal umgetreten! Mein Gott da sind noch mehr von den Viechern! Ich will die Ranger! Ich will den Apfel! Ich will den Ranger zurück! Moment! Da vorne ist Gold! Aber ich glaub bis dort nicht mehr zu lang, dann können wir wieder neue Charakter wählen! Dann machen wir nicht Shared-HP ist äh... Oh doch das ist cool! Na ja! Also ich wollte den ersten Bus eigentlich schaffen irgendwann! Hilfe! Hilfe! Nicht treffen lassen! Nur noch 6HP! Okay! Ich versuch mal Wüstes! Hi! Ich geh gerade mal vor ganz vielen Giftkugeln in Deckung! Ja! Ähm... Das war's! Ich bin super vor vielen Giftkugeln in Deckung gegangen! Und Mr. Teragi ist raus! Ich kann's so zugucken! Du moderierst! Mit Live-Kommentar bei Teragi! Ach hier, die haben wir gar nicht die Tür! Ach hier, renn euch jetzt mal da rein, das gibt's doch nicht! Jetzt müsste ich das wie ein Sport-Kommentator machen! Und dann laufen sie auf die Gruppe zu! Na los, los! Nö! Ich bin nicht so'n Typ! Ich bin kein Entertainer! Du bist ein Ententrainer, reicht das nicht? Ja! Ich... Die Dicke ist tot! Außerdem rück ich hier gerade dem Warlock zu, ich weiß auch nicht, wie ich das machen kann! Also steht mit, du stirbst eigentlich irgendwo! Narkotika, der, äh... Switch wird... Ah! Mit der Fight hast du gar nicht durchswitchen! Ah, shit! Jetzt gerade bei Narkotika, der vergiftet ist und gerade einen Schatz gemacht hat... Schatz! Schatz! Ein Scherz, ja! Das ist ein schlechter Scherz, was ich hier veranstalte, das stimmt! Mein Gott! Schalten wir wieder auf Fio! Habtadaaa! Du siehst nicht viel anderes, weil ich direkt neben ihm herlaufe! Haha! Mana-Kristalle, sehr gut! Super! Es hat meine Energiekuchen gefressen! Das ist was hier! Monster-Motion! Wenn diese Haufen da, die spawnen, diese Pferbeide... Ich weiß! War mir nicht sicher! Woah! Und da hat der Paladin was geholt! Und getötet! Während der Warlock, äh... Ich hab' die Haige wegrenzt! Haha! Das ist ein Stoffi, was erwartest du? Alter, sind das viele Viecher! Ja! Ja! Jetzt mit dem Scha... äh... Mit dem Ranger da durch! Woah! Sammelt euch mal ein bisschen Leben hier! Da oben war ein Apfel, den hab' ich mir gerade geholt! Nein! Leben! Nicht Leben! Sondern Leben! Oh, ist ne Blume! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin so tot! Oh! Schio, was machst du denn? Komm mal raus! Das war's! Noch nicht! Noch nicht! Doch, das war's! Game Over! Game Over! Boah! Oh mein Gott! Schio, was machst du? Du hast den ganzen Raum gepullt! Ich hab' die Blume nicht gesehen! Da musste ich von den Stacheln wegrennen! Und dann waren da auf einmal Käfer! Und, äh... Naja! Wir sehen uns beim nächsten Schnitt! Ja! Wir sehen uns zur nächsten Folge! Schnitt! Aber was heißt, das ist wahrscheinlich immer noch dieselbe Folge, wenn wir jetzt wieder anfangen! Naja! Ups! Bis gleich! Bis gleich! Los geht's! Hallo! Hallo! Willkommen hier zurück beim nächsten Cut! Hallo! Willkommen hier zurück beim nächsten Cut! Weiter geht's! Weiter geht's! Ich wieder mit meinem Ranger! Oh, wie schön! Ja! Er kann sich wieder ein auf den Ranger und so und wir machen einfach weiter! Hier küsstest du immer noch dieselbe Folge! Ja klar! Wahrscheinlich! Ich bin ja gerade einfach gnadenlos durchgecharged! Ja! Das hat man gesehen! Das war eigentlich nicht geplant! Ich hab den falschen Knopf gedrückt! Nein! Gut! Also ganz normal das Spiel! So wie das Spiel eigentlich sein sollte! So wie es sein sollte! Äh! Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk 0! Oh man ey! Wir müssten endlich mal zum... Aua! Damit wir mal hier was zeigen können! Ich fress hier schon wieder Schaden wie Sau! Haben halt die so an sich! Ja! Die fressen auch! Kann man sich nicht irgendwie heilen? Klar kann man sich heilen! Warum hat der Warlock eigentlich mehr Leben als der... Äh! War! Äh! Mit einem Heiltrank! Ah! Super! Oder mit einem Apfel! Da! Äpfel! Hey! Ich hab doch gesagt! Die Map verändert sich immer wenn man neu startet! Hier oben ist ein anderer Geheimraum! Sehr gut! Da sind Mana-Kristalle! Die brauche ich! Ich geh damit! Äh! So! So! War's derselbe? Ich glaub das war ein anderer! Sonst hat's bis zu aus! Ist doch egal! Schlüssel! Ich denk mal nicht das Spiel hat ein besseres... Bombe! Aua! Das war nicht wirklich! Da war ne Bombe drin in dem scheiß Ding! Nein! Nicht nochmal! Nein! Wir gehen nicht nochmal rein! Meine Bomben sind grün! Ja! Die hätte mir auch nicht weh getan! Meine Bomben sind blau! Und explodieren nach der Zeit! Das haben Bomben im Normalfall so an sich! Äh! Ich meine es ist magisch und explodieren nach der Zeit! Mist ey! Ich bin fast tot! Wir hätten eigentlich in dieses... ...Russia reinmachen sollen! Welches Russia? Was ist mit Russland? Crusher! Nicht Russia! Crusher! War jetzt doppelt damage oder was? Doppelt damage! Äh! Unendlich leben und so! Ah ja komm ey! Noob Mode! Ja! Damit man wenigstens... ...etwas weiter kommt! Können wir uns ja für die nächste Folge vornehmen! Wenn wir flären sollen! Ah! Da machen wir den OP Modus an! Als... ...wenn wir dann gestorben sind! Vendor Coins! Vendor Coins! Vendor Coins! Vendor Coins! Das haben wir umsonst einkaufen! Wow! Da muss er erstmal 100% finden! Das ist ein Schlüssel! Und Fledermäuse! Natürlich muss er erstmal 100% finden! Das ist ja der Sinn! Natürlich bin ich wieder vergiftet! Vendor Coins! Ja! Da hab ich eingesammelt! Gibt man nur bei mir! Auf... äh... ...der Shio! Ach! Scheiß Werbung in eigener Sache! Ja! Das ist mir scheiß egal! Hier könnte eure Werbung stehen! Wie war das bei Gronkh mit der ersten Folge Minecraft? Ich weiß! Das ist total billig! Und das ist mir scheiß egal! Hat er das echt gesagt? Ja! Das ist... hat er gesagt! Wortwörtlich! Okay! Das wüsste ich gar nicht! Nein! Jetzt direkt reingerannt! Ich Depp! Du bist Deppert! Deccard Kaye! Deccard! Wer nicht... Wer kennt keinen Deccard? Also ehrlich... Wer kennt den nicht? Narkotika! Was? Was? Wisst du? Oh gut! Schlafhalter! Ah! Natürlich! Kenne ich ihn! Aber ich bin grad beschäftigt! Woher ist er denn? Von woanders! Nerv nicht! Er weicht aus! Er googelt gerade! Ja er weicht! Ja genau! Ich google während ich hier schlage! Er googelt! Ich dachte immer sich googeln heißt was völlig anderes! Ich sterbe gleich! Ihr wolltet keinen Shared HP Pool! Habt ihr davon! Ja bin ich auch ganz froh drum! Ansonsten würde ich schon wieder sterben wenn ihr da hinten rumrennt! Wieso wir? Ich bin noch recht gut! Der Ragi ist fast down! Okay ich weiß auch Äpfel wie ein Bekloppter! Er spielt ja auch seinen Ranger wie ein Berserker! Er meint ja wär der Paladin! Ja! Waren wir da oben schon? Sieht sehr leer aus! Ja! Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo! Boah ihr macht doch doch mal! Ja! Ich mit meiner super Orientierungssinn! Wofür gibt es eine Map? Für sich um zu verlaufen! Für sich um sich zu verlaufen! Für sich um sich zu verlaufen! Ja! Links rechts! Nichts rechts! Oh das gibt's doch nicht! In dem Moment wo ich vor dem Vieh stehe spuckt da so ne blöde Giftkugel! Dadadadadada! Dadadadada! 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 Pancake! Oh! Melee! Apfel! Apfel! Pancake! Pancake! Halt Maul! Puh! Nein! Das Pancake gibt's! Keiner mag Pancakes! Du hast doch keine Ahnung! Bandercoin! Dadaada! 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 Der vierte sogar schon? Egal! Der vierte? Der vierte! Ja! Müsste der vierte sein! Ongel! Aaaah! Rett rund! Ah ne! Vierwetter-Colz vielleicht zwei Prozent oder CHema poor 200 Clones! Das können wir sonst einkaufen! 지고o! Tئmio! Süß! Tommoho! 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 Tommihele! Tommoho! 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 wo Mr.Ranger steht Ja, da hinten, ich seh's schon Ich finde es irgendwie lustig, dass ich die Pfeile... Nee, doch nicht Kombo! Das sieht gerade so aus, als würden sie sich auflösen mitten im Fluchflug Nein, die fliegen sogar unendlich weit die fliegen sogar weiter als du sehen kannst Kannst du schieß mal in meine Richtung hier und dann kann ich das zeigen, wie weit die fliegen Ich mach gerade einen Gegner kaputt, den ich gar nicht im Bild sehen könnte Ja, ich seh Ich hab ihn auch gesehen Ich zeig mal, wie weit diese Pfeile fliegen Ach ne, doch nicht, die fliegen nur bis hier hinten Nur, hier ist ne Treppe Die lösen sich in der Luft auf Ja doch, nach einer Zeit, aber ich hab damit gar nicht gerechnet Es sind Luft, die sind einfach aus Luft deswegen hab ich auch so viele Schuss und kann auch so schnell hintereinander schießen Es sind Pfeile aus Luft Soll ich, äh... Akotika jetzt gleich mal ganz neidisch machen? Was denn? Ne goldene Rüstung? Wenn ich mir zwar Pancakes erzählen darf, dann möchte ich dir bitte erzählen, dass ich gerade meine frischgebackene Brownies auf dem Tisch stehen hab Das darfst du nur dann erzählen, wenn du mir welche abgibst Aue Da musst du vorbeikommen Alter Dieses Vieh Oh, ich hab nur noch 5 Leben Wow Scheiß Gift Der nächste Apfel ist für mich Das glaubst du auch nur Geht hier mit eurem Leben Was ist los mit euch? Ihr sind keine fairen Kämpfer, das ist dir noch nicht aufgefallen, oder? Ich geh auch meistens in den Nahkampf Na gut, du kannst dich anders als Nahkampf, aber gerade Tearagi müsste immer Full-HP haben Aue, nein, ich werd sterben Bin vergiftet Nein, Vergiftung hör bei 1 HP auf Ach super Dann werd ich danach sterben Ja komm Ach, du blödes Messie Geht weg Geht weg, das ist mein Apfel gewesen Flüssel Haha Sock Wow Die Reine rennen schon wieder durch die Pampa, wie Wahnsinn Und? Die rennen halt gerne Er rennen der hat Ja, er rennen der hat Wow, der war so unterirdisch, ne? Das verstehen aber die wenigsten Wer, wer kennt das Rändern nicht? Das kanntest du auch nicht, bevor du Let's Plays aufgenommen hattest Ja, ich bin nicht mehr Menschen auf dieser Welt Ich muss da rüber Hier, Wikipedia-Artikel einfügen Rändern Ah Ah, so Mist, ich hab gepullt Wir wollen mit anderen Viechern Mein Gott, diese Viecher lecken aber auch gerade, ne? Bei mir läuft's im Moment sogar recht flüssig Gerade hat's geleckt Also, FPS-mäßig läuft hier alles flüssig, aber... Pink-mäßig läuft sie flüssig Das fette Vieh ist tot Immer noch 5 Ich hab immer noch 5 Zehn, dank dem einen Apfel, den ich hier gerade geklaut hab Ich hab wohl noch 82 Hier rennt ja auch alle vor Stachelschweine hier in Sicht Wo rennst du denn? Unten Musst du nach unten? Ich dachte, ihr wollt nach oben Full combo! Vom Vendor halt, ne? Ja, kannst du nicht ohne uns da hoch Mhm, runter Unter Hallo! Das ist für den Ball, das ist meiner Dahinten steht noch ein Fass in der Ecke Mein Ball? Meine blutzen Haha, du Arsch, ich will auch was Hofft ihr hier dein extra Leben und sei friedlich Hier beliebige Beleidigungen einführen So, das ist ein... Mein Leben und Mana hinter So, Hales, Mana brauche ich nicht, brauche eher Hales Oh, Hales ist so teuer, ne Das ist es mir noch nicht wert Hales Aber was sagt euch eigentlich der Name Hales? Ist mir egal Ich hab's bei Teragi gehört und nachgequatscht gerade Ich weiß auch nie warum Ach, da oben seid ihr schon wieder Mein Gott, habt ihr's eilig Hales Machst du etwa gerade Werbung für einen Rocker Club? Töne Das ist mir egal Auf die Welt Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Oh, ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Entfernen Ich bin nicht sicher Ich bin nicht sicher Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020